Ich sag's euch Leute, ich baue gleich ein Shed-Level. So One-Up-Heaven-Style, aber nur mit einer... mit einem Bereich. Upscroll? Obwohl, das ist das erste Mal, dass ich was mit Upscroll spiele. Tch. Okay. First Strike. GG. Das war ein cooles Level. Genau so Level machen das Spiel wirklich verdammt cool. Man braucht keinen Editor eigentlich, weil man die Level gut blind spielen kann. Das war cool. Tch. 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 Kio. Tch.